Also mein Tipp für euch wäre der Aufstieg zur Magdeburger Hütte über die Weißwandspitze zur Trivolaunhütte und wieder ins Hotel zurück. Mein Tipp für euch wäre im Ladurno Fußballplatz Fußball spielen. Mein Tipp für euch wäre unseren Hauspark den Trivolaun zu bezwingen. Ich habe mit 70-Loch bezwungen. Mein Tipp für euch ist das Freibad in Gossenshaus. Und wer zu müde ist eine Wanderung zu machen, soll ins Hotel bleiben und so eine Jause genießen. Mein Tipp für euch wäre eine tolle Raftingtour in Sterzing mit dem Raftingteam. Mein Tipp für euch wäre auf die Alm zu gehen und die Kühe zu verwundern. Und unser Tipp ist eine rasante Abfahrt in Laduns mit den Mautenkats.